Hallo, willkommen zurück zu Graveyard Keeper und weiter geht's mit unserem Ofen. Uns fehlt jetzt ein Eisenbahn. Natürlich fehlt uns ein Eisenbahn. Wollte ich jetzt das wirklich machen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich das wirklich machen wollte. Ja doch, wollte ich. Ist okay. So, also ein Eisenbahn, beziehungsweise wir machen natürlich, soviel halt geht, weil wir brauchen das Zeug doch eh permanent. Gut. Ah, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit der Halskette haben wir die Halskette abgegeben. Habe ich die überhaupt gekriegt? Muss ich zur Schlange? Muss ich zu der Tusse? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, ich hatte die noch nicht bekommen, oder? Wir gehen mal hin. Ich glaube, da war irgendwas, ich musste, musste ich nicht Schlange irgendwie helfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ah ja. Keine Fragen. Okay. Ich kann dir die Halskette nicht geben. Das war doch die, oder? Was ist mit dir? Okay. Wo bist du? Wurscht. Du bist die... Da, 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 da. Ja, ja. Oder? Fischrezept. Die verkauft Rezepte! Ich würde jetzt nicht kochen. Eigentlich. Okay, also ich glaube, ich muss mich hier an Schlange wenden. Da war irgendwas. Gut, Schlange ist aber jetzt nicht da. Kann man da eigentlich irgendwas Neues? Äh, eine Kiste. Nur eine Kiste. Oh je, Geduld ist nicht meine Stärke. Mach schneller. Und der Steinhauptbahn, ja. Echt jetzt. Mann. Geht die mitten beim Arbeiten kaputt. Komm schon. Komm schon. Komm. Danke. So. Er ist wieder nicht nachgedacht. Egal. Äh, das, ne? Ja. So. Sehr schön. Wenn ich das... Genau das meinte ich. Ich habe nicht nachgedacht. Ich kann das Ding jetzt nicht anklicken, dass ich es aufwerten könnte. Also wir müssen warten, bis die Meisenbahn fertig sind. Und warten ist ja nicht gerade meine Stärke. Hm. Was könnte man sonst noch machen? Schauen wir mal in den Kirchenkeller. Vielleicht können wir schon irgendwelche anderen Materialien für das nächste Projekt vorbereiten. So. Also die... Ah ja. Ja. Voll ein Aussetzer. Ich dachte mir jetzt, wozu brauche ich eigentlich die Steine? Ich brauche doch hier gar keine Steine. Natürlich nicht. Ich brauche die Steine für den Ofen. So. Ähm. Ja, da kann ich jetzt auch nicht wirklich was... Ich könnte die Holzplanken. Zwölf Stück. Zwölf Stück. Die Kirchenarbeiter, die schauen wir mal schon. Äh, zwölf... 18 Stück. Insgesamt machen wir das. Joppa. Und ja. Ich blöbe noch. Ich habe immer wieder tuned. Ja. Ich blöbe noch immer wieder. So, jetzt ist Händlerzeit. Vom Händler war ja eigentlich nix. Ja, ja, ich fühle mich so erfrischt. Lass dir mal was Neues einfangen. So. Ach so. Ja, ja, wir hätten halt das machen können, ne? Aber, ja, machen wir auch. Wenn man sich nix aufschreibt und alles vergisst, dann weiß man nicht, dass man das braucht. Na, weder die Kurven nicht gekriegt. So. So, 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 so. Ne, so. Also entweder mit Haut oder mit Fledermausflügel. Die Fledermausflügel liegen natürlich im Haus. So. Ich hoffe, wir haben genug Haut. Sonst gehen wir wieder mal rein. Ja. Aha. Sehr schön. Das war ja eine, oder? Das, was ich nehm. Ich nehm lieber mehr mit, weil ich kann mich ja vergiss ja nie um wieder was. Ich hätte noch 13 Mal hin und her laufen. Ach, wir hören doch. So. Es wäre ja nur eine gewesen. Okay, egal. Mach mal. So. Die Haut kannst du da wieder ins Kistchen tun. Wollen nicht alles ewig und umschleppen. So. Zu Ofen 2 verbessern. Yes. Mann, Mann, Mann. Das frisst unsere ganze Energie auf. So. Sehr schön. Stahlbahn können wir jetzt auch machen. Mit Grafit. Also, ich denke mir schon, wieso kann ich jetzt wieder nur Glas? Was? Ja, Mensch, Mädel, du musst schon auch die Glasbläserei erfinden, ne? So. Kegelförmige Gefäße. Wir brauchen natürlich drei Stück. Das heißt, wir brauchen Glas. Ui, Flusssand und Wasser. Und natürlich Brennholz. Wir brauchen eigentlich auch Brennholz. So. Brennholz. Yes. Machen wir mal. Ohne Brennholz läuft auf nicht. Flusssand 1. Und Wasser. Wasser hätten wir da, glaube ich, in der Küche drin. Wir haben natürlich keinen Flusssand. Okay. Wir machen unser Balken fertig, gehen schlafen und holen an dem Flusssand. Gut. Gut. Wie besprochen, wir gehen jetzt schlafen und das nächste Mal holen wir den Fluss an. Bis zum nächsten Mal, ciao.